Herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Dishonored, die Maske des Zorns. Wir sind hier in der Kanalisation und müssen hier weitergehen. Wir haben kurz ein Schnellsafe, 3,5. Zack. So, Tür mal öffnen. Ja, so war blocken. Genau so, da hinten. Leise. So. Mit etwas Luft erwischt Torbo eine. Hast du Angst? Das Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sage ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe... Wie die Ratten da rüberfallen. Von dem bleibt ja gar nichts mehr übrig. Ich glaube wir sollten hier auch erstmal nicht mehr runter gehen. Bei den Ratten. Wie immer sollten wir weiter schleichen. Aber die Lichtquellen, das könnte uns verraten. Aber die Lichtquellen, die sind eine desastretten von Heren. Haha. Hab ich nicht mehr Zeit? Hab ich wirklich Zeit? Hab ich nicht mehr Zeit? Hubert. Hab ich mich für eine Unterschiede? Aber ich habe noch nicht mehr Zeit. Jetzt trauen die sich nicht mehr. Ach, wir hätten von Anfang an... ...anfangen darüber springen müssen, wo die abgelenkt waren. Aber ich drücke immer die falsche Taste. Kann man später mal zum Verhältnis werden. Können sich die Ratten drum kümmern. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschleppten Gezirft bringen? Sollten die Leichen nicht in die Wagen gesehen, in den überschleppten Gezirft bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schürzt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's, lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mehrere tapfere Offiziere bestarrte starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Wir essen aber erst mal noch mal was. Aber bisher ist das eigentlich recht gut gemacht. Mein Gott. Ich sieh's noch. Komm, irgendwann verraten wir uns das wegen mal. Oh. Das war jetzt so mega fair. Ich steh denn auch noch dort. Okay. Aber hier ist noch was. Vielleicht kann das alles nur leere Flaschen. Kupferdraht. Zehn bringt's ein. Da oben noch. Sechs Münzen. Hier sollte man jetzt aber auch nicht mehr reinfallen. Ne. Ups. Kleine Aufnahme unterbrechen. Äh. So war das ja. Die war ja ausgelöst. Zack. Mist. Mist. War nicht. Ich habe aber noch etwas besser, oder? Das war doch auch was. Ah, jetzt habe ich den Trank genommen. Ich habe hier eine bessere Idee. Nee, doch nicht. Aber hier liegt hier noch was. Sonst ist hier erst mal nichts. Ich gehe jetzt erst mal nicht hin. Ich nehme uns die Beute hier einmal. Seien Sie gegrüßt, Corvo, oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren sie doch, bevor der Titel ihren Fälschungsrat fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffe und Waffen für Sie aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt. Und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe der Abflussrohre, in der Warehaver, die in der Warehaver führen. Zögern Sie nicht. Viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Ja. Oh. Schon irgendwie geil. Ach, Bolzen können wir uns ja, glaube ich, zurückholen. W-Stand 6. Ähm... W-Stand 6. W-Stand 6. Hier noch ein bisschen Geld, damit wir noch reicher werden. Ja, ich habe einen Schlüssel benutzt. Warte mal, ich schwächere mal eben schnell. Ha! Ich lesen. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei dem Whisky nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Ist das schon ein Regen? Bei dem Whisky bleiben. Verstehe ich jetzt nicht. Aber jetzt möchte ich gerne hier noch einmal herausfinden. Jetzt erst mal nicht hier rüber. Jetzt müssen wir jetzt bei dem Whisky bleiben. Ist hier nicht noch was? Nee. Haben wir hier irgendwie so hart wie ein Journal? Tutorials, ob ich da auch mal. Aber nicht so hart wie ein Journal. Ich gucke nochmal eben schnell im Menü nach. Weil bei solchen Spielen hat man meistens immer ein Journal. Also da. Ein Journal. Springen, springen. Benutzen. Schriftkampfer. Bo. Locken. Wirgen. Zogen, schnell auf alle. Was ist der Mann? Next. Hier. Ah ja. Ziele, da kommen sie ja Notizen. Ähm, für den Fall, dass du zu dumm bist, dich zu erinnern, solltest du bei dem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du den Anteil haben möchtest, wirst du das schon herausfinden, wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen der Sache zurück. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie bei den Whisky sein. Wollt ich hier irgendwie... Geht auf jeden Fall Whisky. Hier ist der Auslöser für den Bolzenschuss. Also laufen wir jetzt mal nicht rein. Bottle Street. Auch eine berühmte Straße. Aber in Amerika sei schon in England. Hier ist du beim Whisky die Antwort finden. Ja, okay. Gucken wir mal. Quatsch. Abonnieren wir vielleicht nicht rein! Vielen Dank.